Die Welt ist global vernetzt. Online-Angebote werden über Ländergrenzen, Regionen und Erdteile hinweg genutzt. Weltweit kommunizieren Menschen und Maschinen miteinander. In vielen Ländern werden Medieninhalte bewertet. Sie erhalten Altersstufen, Alterskennzeichen oder werden mit Beschreibungen versehen, die Aussagen über bestimmte inhaltliche Aspekte enthalten, zum Beispiel Gewalt- oder Erotikdarstellungen. Die Menge solcher Kennzeichen und Bewertungen nimmt stetig zu. Die Art und Weise, Angebote so zu klassifizieren, ist jedoch von Land zu Land unterschiedlich. Obwohl die Nutzung von Inhalten also global ist und viel Klassifikationswissen über sie vorliegt, kann dieses oft nicht von allen verstanden oder genutzt werden. Das Projekt Miracle will das ändern. Miracle ist ein gemeinsames technisches Datenmodell, das für alle bestehenden Klassifizierungssysteme genutzt werden kann. Mit Miracle sprechen elektronische Alterskennzeichen eine gemeinsame Sprache. Der große Vorteil? Man braucht weder ein neues Klassifizierungssystem, noch sind Veränderungen an den bestehenden Bewertungssystemen der einzelnen Länder nötig. Egal wie unterschiedlich die Altersklassifizierungen auch sind, Menschen und Maschinen können sie unabhängig von ihrer Herkunft verstehen. Die Verwendung von Miracle-Daten ist auf allen Endgeräten, egal ob PC, Tablet, Smartphone oder Fernseher möglich. Miracle ermöglicht so die einfache Bereitstellung von Features wie Kindersuchmaschinen oder Kinderschutzsoftware. So wird das bestehende Bewertungswissen optimal genutzt. Und wer hat etwas davon? Auf jeden Fall Eltern und alle anderen Mediennutzer, weil sie mehr Informationen über die Inhalte erhalten. Aber auch die Inhalteanbieter und die Endgerätehersteller. Ihnen ermöglicht Miracle den einfacheren und effizienteren Umgang mit elektronischen Alterskennzeichen. Miracle ist ein von der EU co-finanziertes Pilotprojekt, das von Partnern aus fünf europäischen Ländern durchgeführt wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017